moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr eine neue kostenlose tarnung bekommt und zwar könnt ihr auf der epic games seite lesen es gibt eine neue tarnung und zwar die hier die after party lackierung die bekommt jeder kostenlos wirklich jeder der sich zwischen freitag den 31 juli 2 uhr und sonntag den 2 august 2 uhr sich im spiel ein lott also ihr müsst keine runde spielen oder sonst was dort ihr müsst einfach nur ford ein starten und ihr bekommt dann diese tarnung wie gesagt leute zwischen dem 31 juli und 2 august einfach das spiel an machen dann bekommt ihr diesen diese tarnung die übrigens auf musik reagiert so wie die neo wings damals die man auch kostenlos bekommen hat ja das war's dann auch leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für alle die die noch kein abo bei mir haben können das jetzt an dieser stelle gerne ändern ansonsten viel spaß und bis zum nächsten mal ciao